Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 29.12.2020 und unser DAX hat ein neues Rekordhoch geschafft. Wir haben den höchsten Stand, den wir im DAX je hatten, mal gesehen, haben da auch ganz schön dran rumgekratzt am Allzeithoch und dort hat er sich jetzt erstmal zur Ruhe gesetzt und überlegt jetzt, ob er noch versucht weiter zu klettern oder einfach mal hier runterfällt. Ich mache mir nicht besonders viel Hoffnung, dass der zum Dienstag jetzt auch wirklich abkippt. Voll richtig wäre das, das wäre konsequent, das wäre auch passend eigentlich, schönes neues hochgesetzt, kurz reagiert. Sie sehen es auch, oder ihr seht es auch, den Trigger mal angeschlagen, aber runter zu ist nicht viel reingekommen halt. Der ist ja träge gewesen, hat sich sehr flach zur Seite gelegt, sollte er jetzt runterkippen und ich sag mal so unter 67 fallen, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir so Stück für Stück dann einfach weiter runter segeln, so Meter für Meter. Der nächste Schritt wäre dann die 37, die ist auch recht relevant, wenn er die dann nochmal geknackt kriegt, die 700 auch. Und darunter ganz high ist eigentlich der Bereich um 630 bis 600. Man sollte allerdings jederzeit damit rechnen, dass der wieder stark nach oben anziehen kann. Das heißt, in dem Moment, wo lange fette Grüne beispielsweise schon 5 Minuten kerzen und kommen, das reicht da schon aus, ganz genau hingucken, das können dann Impulse sein und sich eben einfach wieder zurück an die 13.800 schieben. Das Spiel, das kann er ein paar Mal spielen, bevor er wirklich umkippt, das wäre nicht ungewöhnlich. Und deswegen da ein bisschen Aufmerksamkeit, streckt er sich, aufmerksam sein, streckt er sich deutlich nach oben, macht er auch lange Grüne Stundenkerzen, ist das im Grunde eigentlich dann nochmal eine Vorlage nach oben raus, um weitere Ziele zu schaffen. Das bleibt jetzt alles gültig und weiter aktiv, das heißt, sollte er sich nicht nach unten einrenken, wäre nach oben. Der Weg dann weiter frei Richtung 14.000 und 14.100, Zwischenstation wahrscheinlich erstmal so 890, 900, das wäre recht üblich. Das sind so bekannte Marken, Marker bei 11.900, 12.900, 10.900, immer wieder wichtige Bereiche, wie auch den 13.800, 12.800, 11.800 und 10.800 wichtig sind. Also da darf man mit Kontakt rechnen, bei der 14.000 sollte man nicht zu viel erwarten, ich denke, da wird er ein bisschen deutlicher drüber stechen, da kommen schon ordentlich Shorts rein, die man dann rausschmeißen kann. Aber so Bereiche 14.100, das wird dann wieder ganz interessant. So, das zumindest, wenn sich der DAX weiter oberhalb von 13.800 stabil hält und weiter vorarbeiten kann, ansonsten wäre Visa für mich unterhalb von 12.67 dann eher ein bisschen Abwärtsrisiko drin. Ob er das so weit schafft, da gehört schon ein bisschen was dazu, also muss ich gerade schon Mühe geben jetzt, der sieht schon stabiler aus, das muss man ganz klar sagen und ich erwarte auch nicht viel Handel, also nicht viel Volumen. Das ist jetzt Montag gewesen, da hat man ein bisschen Brexit noch verarbeitet, aber jetzt am Dienstag gibt es null neue Impulse, am Mittwoch auch null neue Impulse. Also da muss man, sollte man vielleicht nicht ganz zu hohe Erwartungshaltung ranlegen. Interessant fände ich, wenn wir wirklich hier runterkippen unter C-67, vielleicht am Vormittag plus so eine 37 machen, sollte sie dann auch zum Nachmittag dann nochmal weiterfallen, dann könne das dann zumindest mal, ja schon nochmal Richtung 650, 630, 600 gehen, das ist interessant. Ob die Superzone hier bei 460 bis 440 dann kommt, wäre eigentlich ungewöhnlich jetzt schon zum Dienstag, sollte aber niemand nie sagen, alles unter 67. Was darüber geht, insbesondere über 850 Long Terrain, immer wieder Long probieren, in kleine flache Rücksetzer, die einfach nur zur Seite schieben und der drückt sich dann wieder nach oben, dann kann man nochmal Long drunter, Stopp los, knapp drunter werfen. Das sind eigentlich Sachen, die relativ leicht klappen, leicht verdientes Geld dann in dem Sinne, man muss es dann halt einfach auch nur machen halt, das ist immer so ein bisschen der Knackpunkt. Gut, okay, mehr können wir hier nicht sagen, ne, also können wir in den Tagesschat kurz reingucken, aber ich weiß gar nicht, was wir da jetzt zuletzt drin hatten. Hier schnuppert am Trigger für die 4.100, ansonsten ist hier erstmal nichts passiert, Kerzen sind grün, markant, penetrant, grün schon fast. Was sind denn das hier alles für komische Striche, also langsam ist das hier echter Müll geworden, das Tool, also langsam mal was anderen umsehen. Lauter komische Farbslinien, also, ich glaube, der will mich ein bisschen veralbern hier. Seht ihr das? Komisch, ich habe die nicht gezeichnet. Juts, okay, egal. Dann, ja, mehr kann ich euch gar nicht sagen. Können wir hier Cup machen. Wie gesagt, ich erwarte nicht so viel, ein bisschen Abwärtspotenzial haben, man muss aber die 7,60 durchschlagen und ansonsten alles über 800 erstmal. Im Zweifel weiter mit dem Aufwärtstrend, ist ja noch aktiv, haben noch keine tiefere Tieffolge, müssen wir über gar nicht wirklich viel mehr sprechen. In dem Sinne, sehen wir uns morgen wieder, schaut ein bisschen hier auf die wichtigen Zonen, na, 7,30, 700, 6,40, 6,30, 600, na, das ist alles interessant. Wahrscheinlich würde dazwischen, wenn er sich nicht richtig reingedritten geht, einfach seitwärts zwischen den Marken hin und her machen. Das wäre das typische, zu einem, ich sage mal, Feiertagshandel oder zwischen den Feiertagen Handel, da ist nicht, da ist nicht mit viel, da darf man nicht zu viel erwarten halten. Das wäre ein bisschen zu hohe Erwartungshaltung. Okay, ich mache jetzt hier zu, wünsche euch gutes Gelingen, maximal Erfolg und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.